Was bewegt uns? Uns bewegen Menschen. Das sind die Menschen hinter den Codezeilen, die jede digitale Herausforderung meistern. Die Menschen hinter der IT-Kulisse, die dafür sorgen, dass wir alle weltweit gut zusammenarbeiten können. Das sind die Menschen hinter dem Lenkrad. Sie sorgen für eine zeitgerechte Lieferung. Die Menschen im Umschlag, die einen reibungslosen Ablauf jeder Sendung garantieren. Die Menschen, die maßgeschneiderte Logistiklösungen entwickeln. Die Menschen, die Projekte managen und Prozesse gestalten. In der Luft, auf See und über Land. Die Menschen, die für uns einen sicheren Rahmen schaffen. Und damit die Lieferung richtig von A nach B kommt, gibt es Menschen, die die Transporte optimal organisieren. Gemeinsam bewegen wir Waren und Daten. Gemeinsam gestalten wir eine bewegte und nachhaltige Zukunft. Gebrüder Weiß bewegt auch dich.